Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed 4 Black Flag. Mein Name ist der Ed, ich bemüße euch liebe Piraten, Piratinnen, Klabauter-Männer und Klabauter-Frauen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, beim letzten Mal haben wir uns ein bisschen mit dem Jagen beschäftigt und ein paar Aufträge erledigt. Heute soll es weitergehen mit der Hauptmission. Und zwar die dort. Und da gehen wir uns jetzt hin. Und da bin ich mal gespannt, was uns damit erwartet. Hier ist eine Katze. Ne, ist das hier ein Affe, ne? Ne, eine Katze. Oh, wie niedlich. Ich mag ja Katzen und Hunde. So, mein Freund. Seht sie an, die Verräter. Es macht mich ganz krank, wie lange ich Hornigold und seine selbstgerechte Art hingenommen habe. Wahrhaftig, ihr seid ein Mann mit Prinzipien, Captain Hornigold. Ein Mann, dem ich meine besten Ideen anvertrauen kann. Glaube und wir überleben das, Charles. Mit Würde und Stolz. Das ist Selbstvertrauen. Hast du einen Plan, von dem ich wissen sollte? Nassau ist vorbei, das ist wohl klar. Ich sage, wir laufen heute Nacht aus und treffen uns bei mir. Na gut, was hast du vor? Die Briten brachten ihre Vorräte an Land, stimmt's? Wenn wir etwas Pulver und Kiefernpech stehlen, bauen wir ein Feuerschiff, schicken es direkt in die Blockade und sprengen sie in Stücke. Aye. Nehmen wir Rackhams Schiff. Er ist eh kein guter Captain. Mein Gewissen ist rein. Gut. Während du das Pulver besorgst, beschaffe ich das Kiefernpech. Mhm. Okay. Interessante Idee. So, Wachen mit einer Attentat-Serie töten, Blasrohr gegen Wachen einsetzen. Okay. So, wollen wir das mal machen. Hört sich ja relativ easy an. So, wo ist das denn jetzt? Wahrscheinlich hier unten. Okay. So, komm. Ich wollte eigentlich meine Schwerter haben, aber egal. Komm, ich brauche das Pulver. Hier, Pulverfässer. Ich habe doch hier... Wo ist es denn? Hä? 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 Interessant. Ach, kommt weg. Hallo. Da rein. Ich bin gespannt, wie wir da rankommen wollen. Zack. Töten. Ah, hier. Okay. Eins von vier haben wir. Oh, tschüss. So, lass mal gucken, wo wir hin müssen. Das, was wir haben. Eins. Zwei. Hm. Ah. Ah. Aha. Okay. Okay. So, lass mal gucken, ob wir da irgendwie rankommen. Nee, die Berserker-Fäule. Mach kaputt. Töte. Komm mal, Mann. Wo ist das Pulverfass? Ich weiß, ich brauche das Pulverfass. Stopp, ich werde dich nicht funktionieren. Ah! 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 Töte. Töte. Oh. Ey. Du. Alter, was ist denn hier los? Hallo? Herrgott noch mal. Oh, jetzt holt ihr das Pulverfass. Mein Gott. Zwei von vier in Ordnung. Das nächste ist 170 Meter weg ungefähr. Ja. Da können wir nicht lang. Komm, ich krieg dich. Okay. Oh. Hoch. Komm. Den Schlüssel will ich gar nicht. Oh. Komm. 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 So, haben wir es jetzt? Oh, Sack. Komm. 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 Eigentlich wollte ich jetzt nicht so... das machen aber okay. Ja, den habe ich ja schon. Aber ich muss jetzt erst mal den auf jeden Fall hier wegmachen. Hat er geblockt, die Sau. Oh, Bombe. Noch mehr von denen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Oh. Komm schon. Oh, man. Und wie viel kommt denn da noch, ey? Herrgott, nochmal. Oh, wirklich. Komm, klau den Schl... Mann! Ich wollte den Schlüssel gerade haben. Nein, nicht den Körper. Ich will den Schlüssel. So, das Lagerhaus. Jetzt machen wir die Glocke hier mal weg. Holen nebenbei uns noch das Lagerhaus. Und das, obwohl ich mir eigentlich nur das Pulver holen wollte. So, gut. Jetzt gucken wir mal, ob wir das Pulver noch klauen können. Komm. Mann, 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 Mann. Okay, drei von... Drei von vier haben wir. Eine Sache bleibt noch. Wow. Jede Menge los. Zack. Einen haben wir noch. So, du bist der Nächste. Und... Pistolen. Ich habe einen klaren Schlüssel, Mann. Na, die bringen sich da gegenseitig um. Das ist in Ordnung. Haben wir weniger zu tun. Gut. Gott, komm. Schwerter, mein Freund. Ah, das sieht doch ganz gut aus. Also, geht doch. Ah, okay. Das vier Wachen haben wir nicht geschafft. Wir können es ja trotzdem mal probieren. Wir können es ja trotzdem mal probieren. Jetzt... Mal weg, 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 weg. Zum Strand, irgendwie. Na. Oh, ich muss weg hier. Oh, mein Junge, du kriegst mir sowieso nicht. So. Gut, das haben wir auch geschafft. Dann hätten wir da die Hauptmission. Dann hätten wir hier noch ein bisschen Manuskript und so weiter. Das holen wir uns. Und eine Treibgut. Warum nicht? Oh, ich muss das nicht machen. Oh, ich muss das nicht machen. Oh, ich muss das nicht machen. Langsam echt übel. So, ich will das hier hätten, haben. Zucker. Die nehmen wir auch mit. So, die haben wir hier noch mal ein bisschen. 10 Real, das ist ein bisschen wenig. 15 Real, die haben nicht viel Kohle bei sich. Gut. Dann haben wir die jetzt auch erledigt. Dann können wir jetzt wieder weitergehen zum nächsten Ziel. zur nächsten Hauptmission. Zum nächsten Hauptmission-Ziel. Tja, da sind unsere Freunde. Tja, da sind unsere Freunde. Der ausrangierte Kommodore. Hmm, ich überlege, ob wir das jetzt noch starten. Nicht, dass der Part dann wieder so lange wird. Oder ob wir uns noch mal versuchen, noch mal eine Kiste oder so zu holen. Wir hätten natürlich auch noch hier die Templer-Jagd wieder, aber... Tja, holen wir uns noch die Kiste. Komm, wir holen uns jetzt noch die Kiste für den Part. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter. Wo ist die Kiste? Stimmt, hier drinnen, ne? Hier unten drunter. Bingo. Bingo. Bum, 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 bum. Ganz friedlich, ich bin auch friedlich. Gucken, ob wir ein bisschen was kaufen können eventuell. Wird das verkaufen können? So, mhm. Die sind alle irgendwie schlechter. Obwohl die hier gehen, aber kosten 12.500. Das ist übel. Die kosten 14.000, aber eigentlich... Klingen aus Toledo haben wir. Pistolensets. Die haben wir gerade. Mit 1, 1, 3. Die hat 3, 5, 3. Kostet 9.000. Die hat 3, 3, 3. Reichweite. Spanische Offizierspistolen. Die kaufen wir. So, okay. Fracht. Weg mit dem Gelumpe. Sehr schön. Haben wir denn noch... Ah, der Hirschpelz kostet zu viel. Aber den Ocelotpelz könnten wir mal kaufen. Heute große Shopping-Tour. Kunstgegenstände. Okay. Das interessiert mich überherzig wenig. Aber neue Knarren nehmen wir gerne mit. Auch wenn ich die nicht so oft benutze. Gut. Ich denke mal, das war's für den Part heute. Beim nächsten Mal geht's weiter. Oh, wir hätten noch einen... Rauch. Ja, komm hoch. Hol dir den. Ah. Los, hoch. Verdammt. Komm, den will ich mir noch irgendwie holen. Na toll. Wo ist er hin? Oben. Komm, ich kick dich. Verdammte Axt. Komm schon. Oh, jetzt rennt er wieder hier hoch. Oh, ich hab dich doch schon gehabt, ey. Hoch. Hoch, Junge. Oh. Herrgott nochmal. Ah, dieser Zack. Komm, hol der den. Jetzt habe ich die ganze Entourage hier an der Backe wieder. Ey, die kriege ich jetzt aber. Langsam gehst du nur auf den Puffer. Ah. Komm schon. Mann, der hält mich aber auf Trappe, ganz ehrlich. Komm schon. Mann, das ist nicht sicher. Mann, Mann, Mann. Ich will doch nur den Kurier hier haben. Mann, 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 Mann. Okay. So, jetzt aber definitiv. Jetzt sind wir fertig für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wie gesagt, beim nächsten Mal einfach wieder dabei sein. Däumchen nach oben. Und bis dahin bin ich raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Oder Herr von Gaming. Bye, bye. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020